Servus Leute! Willkommen zu einer neuen Runde des Infected. Wir sind zu Hause eingekommen. Und wie geht es dann beim Untergang? Können wir heute den Helm packen? Wir müssen noch was gut holen. Ähm, wir gucken mal. Ja, der Juh hat nichts mit dem Beißen aus. Also, Jagen ist auch noch angesagt. Der wird heute eine Kruste-Runde. Und so eine Machen-Runde. Deshalb glaube ich auch nicht so lange wie normal. So. Dieser Mut ist ein Ja. Gut. Fangen wir an. Alles nehmen. Steinen, die haben wir jetzt wieder genug. Wir müssen unbedingt immer zu kommen, die besseren Fälle zu bauen. Mal den Grobe, die in einem Besuch abzeigten. Ich brauche dabei ein bisschen Haut. Lass uns auf die Gnauchung noch mal abgucken. So, wir müssen uns nur noch überlegen, wie wir die Asakte am günstigsten betreiben. Wir müssen ja jeden Asakte abklappern. Ich bin dafür, wenn sie, das geht ja auch nicht, besonders im Winter. Ich habe gerade eine Idee gehabt, aber leider vom Winter. Und vom Winter ziehe ich gar nicht. Und weil da eine Kurve ist. Ja, Bernd. Das wäre so ein Brombeer, weiß der Geier was. Das wäre cool. In der Nacht sieht der Notabeltis wirklich sehr cool aus. Da wäre es auch am zukünftigen Gewächshaus. Da haben wir die Lampe hingebaut. So soll die Feuer sein. Ich weiß, viele mögen die nicht. Ich weiß, wenn die machen und verdammt geil ist das. Und dann auch die russischale Bauweise. Okay, in der Schmiede kommt irgendwann mal ein Bitterenboden rein. Und was eigentlich ist das Mütle wird dann auf Bergsteine aufgemacht. Und wir sollten uns dann auch nochmal einen Flachplan überlegen, wie wir dann die Sorge fallen aufbauen. Das ist ein Plan wieder so, dass wir heute Nacht die, wo der Außen langläuft, nicht bei dem Bogen oder mit dem Gandalen, dass wir dann halt Metzeln können. Und das war es nicht. Nur, man muss in der Lager dann nicht einsetzen, das ist bereit. Wie viele Regale für die einzelnen Rostrafen habt ihr denn? Ja, da ist der Leo wieder geleitet. Aber wo nix ist, ist nix. Das ist was im Regalife. Keine Kohle, kein Essen. Und Ausflug heißt, keine Jagd, kein Essen. So. Was soll ich noch einmal reißen? Was soll ich noch einmal beim Einsatz fertig? Aber wir können gleich in dieser Folge den Helm bauen. Weil das war nicht fantastisch. Weil dann muss man in dieser Habe nicht in meinem Dunkeln zuschauen. Dann müssen wir nicht im Dunkeln rumtapfen und saufen. Weil sonst kein Skorpion über mich geläuft. Wäre halt unsexy. Aber ich meine, die Hauptturgenstätte ist Draken. Und ich denke mir bei Ihnen auch mal mit dem Gewächshaus. Das wäre so schön wie möglich fertig zu kriegen. Und dann wird es glaube ich, die Produkte machen, die wieder eine Serie. Und dann kann man das hier... Dann, Kesschen, wo ich mir dann... Die Becken und die Gürlaufe aber mein intranser. Denken auch meine Nerven bl?!? So. So, der ist auch nicht geworden, der muss gerade geworfen, der kann nicht hexen, der kann nicht essen. Ja, und ein paar davon werden wir in diesen Heben stecken. Und dann müssen wir jetzt auch mal so langsam dran denken, dass es Winter wird. Ich sage jetzt im Auto, die werde ich immer bei einem Buchholzgeheber zusammensuchen, dass gut, wenn sie an einer verbesserten Werkbank gebaut werden können, dann stellen wir sie her und dann gehen wir in der Falle bis im Auto und können das aufbauen, nur damit die Treffer, wenn wir die nicht in den nächsten Wagen finden, das ist halt Essig mit dem Auto. Ohne Treffer, das ist kein Auto. Gut. Moment mal, hier kins das Gugnabrace, das Gugnabrace und gab auch eine andere Flasche. Also, hier ist ein Pferd, das Gugnabrace und gab auch einen Schuss. Das war's für heute. Aber wir werden doch mal Ja, um, so, wenn wir jetzt meine zwei Jahre haben, wird kommen wir da in den Fasselbauern. Ich meine, das habe zwei Fasselbauern. Wow, das hast du eigentlich alle noch gesehen. Was ist hier? Hier, bin ich oben. Bin ich oben. Ich bin oben. Ich meine, hier behebe sowas. Das war also Und dann waren die Dreierkörbe. Die Dreierkörbe, die Dreierkörbe. Die Dreierkörbe, die Dreierkörbe. Die Dreierkörbe, die Dreierkörbe. Die Dreierkörbe. Die Dreierkörbe. Die Dreierkörbe, die Dreierkörbe. 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 für's Verwärmen und für's Dings-Rexus zusammengekrieg. Für Dein bedanke mich, dass ich für's Zuzau und hat sicher Spaß gemacht. Wenn ihr mitglässt, wenn ihr mit Apu und den Zau noch oben sah, bleibt gesund, dass er wieder auf zur Überlegung erhebt wird.